Tipps für Fans Bald ist es wieder soweit, die WM-Spiele beginnen. Viele Fußball-Fans bereiten sich vor, etwa mit dem Kauf eines Trikots der deutschen Nationalmannschaft. Aber auch der Markt mit gefälschten DFB-Trikots boomt. Wie erkennen Käufer das Original? Gerade vor der WM wollen viele Fans die Liebe zu ihrem Verein mit einem Trikot ausdrücken. Dabei sind nicht alles Originale, die im Handeln verkauft werden. Mit diesen Tricks erkennen sie Fälschung und Original. Das auffälligste Unterscheidungsmerkmal dürfte der Preis eines Trikots sein. Bei Fälschungen ist er in der Regel geringer als beim Original. Die Trikots von Adidas kosten für Männer 89,95 Euro, für Frauen 79,95 Euro und für Kinder 69,95 Euro. Für jedes große Turnier kreiert der Ausriss der neue Hemden. Das Gute, die vielen kleinen Details, im Grunde vergleichbar mit Echtheitszeichen von Geldscheinen, kopieren Fälscher meist nicht mit. Das wäre zu aufwendig und teuer. Ein genauer Blick lohnt sich. Das Heimspieltrikot der deutschen Nationalelf ist traditionell weiß, in diesem Jahr mit einem gezackten Streifen aus drei Gautionen auf der Brust. Käufer sollten auch den Kragen untersuchen. Auf ihm sollte der Schriftzug die Mannschaft stehen. Auf der Innenseite befindet sich beim Original ein gebrochener Balken aus mehreren schmalen Streifen in schwarz, rot und gold, der an einen Adler erinnert. Die Rückennummer in schwarz trägt mittig einen weißen Streifen, jeweils zwei Embleme zieren die Nummer am unteren Ende. Ein goldenes Emblem der FIFA mit dem Weltpokal ziert die Mitte der Brust. Das Auswärtstrikot ist grün. 2018 hat es ein dezentes, gezacktes Muster in abgestuften Grün- und Türkischönen und einen schmalen weißen Kragenstreifen auf der rechten Seite. Beide Designs erinnern an die legendären Spielehemden, mit denen Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Lothar Matthäus und Co. Den WM-Titel 1990 in Italien gewonnen. Bei Strand- und Straßenverkäufern finden sich Original-Trikots eher selten. Sicherer sind beispielsweise gut sortierte Einzelhändler in der Hauptankaufsstraße oder bekannte Sportgeschäfte, die lokal oder im Internet ihre Ware verkaufen. Weitere Tipps, wie sie einen Kauf von Plagiaten vermeiden. E. H. I. N.